Hallo zu meinem heutigen Video. Heute geht es um die Ubuntu-Versionen und VirtualBox und Ubuntu 14.04. Und zwar habe ich das neue Ubuntu, wie ihr es schön sehen könnt, in einer virtuellen Umgebung und hatte natürlich am Anfang ein paar Hürden. Meine erste Hürde war natürlich VirtualBox. Ich habe VirtualBox, ihr habt es ja schon in meinen folgenden Videos gesehen, ganz normal über Ubuntu Software Center installiert. Und das ist die Version 4.1 noch was. Stark mich nicht tot, aber sowas rum ist es. Und die neue Version, da muss ein Handy, das muss weg, die neue Version von Ubuntu ist die 4.3. Und die kriegt man so über ein Ubuntu Software Center leider nicht installiert. Hier müsst ihr ein VirtualBox Update über den Terminal machen. Ihr müsst da ein paar Befehle eintippen und danach wird innerhalb von 5 Minuten habt ihr die neueste VirtualBox. Warum braucht ihr die neueste VirtualBox Version, um Ubuntu 14.04 zu betreiben? Es geht um die Gasterweiterungen. Bei VirtualBox 4.1, also bei der alten Version, werden die Gasterweiterungen leider nicht installiert und man kann das Bildschirm von dem neuen Ubuntu leider nicht voll ausnutzen. Man hat also nicht diese Grafik-Power, die unter so virtuellen Maschinen weitergeleitet wird von der Grafikkarte. Die kann man leider nicht nutzen und hat ein ganz kleines Bild und dies habe ich dann gelöst. Ich wusste jetzt die Terminalbefehle auch nicht auswendig. Ich wusste, dass man das natürlich über den Terminalbefehle aktualisieren kann, VirtualBox, aber auswendig konnte ich sie nicht. Ich habe sie auch direkt hier auf meinem Blog unter drubuntu.de euch aufgeschrieben. einen kurzen Text, eben was mein Problem war und dann in vier Schritten, also vier Befehle im Terminal eingeben, danach einmal Root-Passwort geben, mehrmals Enter-Taste und dann hier habt ihr VirtualBox auf dem neuesten Stand. Falls ihr sie braucht, ich werde jetzt unter dem Link den genauen Link zu diesem Blog-Beitrag, das sieht ein wenig anders aus, kopiere ich hier raus, werde ich dann unter dieses Video für euch reinsetzen. Dann könnt ihr euer VirtualBox aktualisieren und danach ganz normal die Gasterweiterung installieren. So, jetzt gucken wir uns mal die VirtualMaschine an. Wir geben hier unser geheimes Root-Passwort ein, bestätigen das und sehen schon, dass es alles ganz gut klappt. Jetzt gucken wir auch mal, ob die, ja, die Auflösung im Vollbildmodus auch geht. Wir sagen, diese Meldung nicht mehr anzeigen und wir sehen, das funktioniert auch super. Also wir können wirklich hier einigermaßen vernünftig arbeiten. Die VirtualMaschine hat genug Power von mir bekommen, weil die Haupt-Hardware jetzt auch zulässt und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier drauf haben. Info, Info, Information und wir sehen Ubuntu 14.04, die Langzeitversion, die wird langzeitig eben unterstützt und ja, die VirtualMaschine hat eben 2 GB, ist ein 32-Bit-Betriebssystem und 40 GB habe ich jetzt mal eben Festplattenspeicher zugeordnet. Das wird mir jetzt erstmal eine Zeit reichen. Schauen wir mal im Vorfeld, was denn für ein Firefox, also welche Version da drauf installiert ist. Die 28, momentan ist glaube ich Firefox aktuell 30, also wenn ich hier eine Systemaktualisierung in meiner virtuellen Umgebung mache, denke ich auch, dass da Firefox und die diversen anderen Applikationen hier auf dem neuesten Stand sind. So, will ich wieder raus, kann ich das wieder über ganz normalen Vorbild ausschalten. Wir gehen einfach mal ein Bildschirm weiter und sehen, das ist mein Hauptsystem. Hier die Systemüberwachung. Ich arbeite immer noch mit der Version 12.04, wie ich es vorhin auch erwähnt habe, 64-Bit-Version. Und ja, bin auch vollstens zufrieden damit. Ich habe ja auch bis Mitte 2017 Updates für das Betriebssystem und bin bestens zufrieden. So, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, den ein oder anderen konnte ich mit meinem Video beruflich sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch dabei. Wir sehen uns.